hi leute ich bin wieder draußen mit dem renn quadrocopter also mit dem anfänger renn quadrocopter und heute werde ich hier ein bisschen wieder einmal üben und ja mal sehen wie die aufnahmen werden ich werde wieder mit der kamera aufnahmen machen akku dürfte voll sein und ja ich hoffe dass ich nicht abstürze oder ähnliches und ja im anschluss gibt es dann noch das video von 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 der kamera des quadrocopter wie ich damit fliege so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und bis zum nächsten Video.